Nein, ich liebe auch Frauen und verehre sie, weiss nicht, nur hörte ich damit auf, wenn sie auch voll Hass sein können und fast einen morden wollen und weiß Gott was, denunzieren, ja auch, natürlich auch, natürlich auch, aber solche sind eben auch dabei und weiß gut was, ja, ja, wie auf ihn dann, ja.